Das hast du absolut, du hast keinen Humor. Ich bin da viel besser und ich helfe dir. Habe ich nicht angenommen. Insofern müsste leider durch das durch, was ich heute Abend zu sagen habe, auch mit gleich weiter die Musik, denn mir fällt gerade nichts ein zur Überleitung. Und zwar ist das ein Stück, was ich damals mit Orianzi eingespielt habe, für das Album Rock Symphonies. Und das war ja so für mich ein bisschen so ein Meilenstein. In meiner Karriere, das allererste Album, was auf Nummer 1 in den Pop- und Rockcharts in Deutschland eingestiegen ist. Echt ein richtig fantastischer Moment, natürlich für jeden Musiker. Ich glaube gerade für jemanden, der natürlich auch Geige spielt. Es kommt ziemlich, ziemlich unerwartet. Und wir würden gerne damit weitermachen. Und zwar von Aerosmith, dem Klassiker Rock This Way. Und zwar von Aerosmith, dem Klassiker Rock This Way. Und zwar von Aerosmith, dem Klassiker Rock This Way. Und zwar von Aerosmith, dem Klassiker Rock This Way. Musik 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 Musik